Willkommen zur Partie Köln gegen die Wölfe. Modest von den Kölnern hat die meisten Aluminiumtreffer aktuell in unserer Bundesliga. 2x Pfosten, 2x Latte. Ich habe mit Köln alles gewonnen. Auf der anderen Seite Wolfsburg seit vier Spielen umgeschlagen, drei Siege, ein Unentschieden und die Wölfe haben bisher immer in unserer Online-Liga gegen die Kölner gewonnen. Von daher die Frage, welche Serie reist. Schaffe ich es mit Köln weiter zu gewinnen? Schafft ist Wolfsburg weiterhin gegen Köln immer als Sieger vom Platz zu gehen oder enden sogar beide Serien mit einem Unentschieden? Ganz Gas an der Pfeife und eure Tipps gerne in die Kommentarbox, wie dieses FIFA-Match und die reale Partie enden. Und den habe ich aber ordentlich verzogen. Ja. So, Leute. Tom ist in Dauerschleife. Der sagt, jetzt wird zum vierten Mal. Ja. Irgendwas stimmt momentan mit meinem PC nicht. Ganz klar, der ist ein bisschen regellos hier, ne? Ja, ich erinnere mich an die vier roten Karten. Waren das vier? Ja. Ich glaube, ja. Das ist Versuch Nummer vier. Jedes Mal hat man bis jetzt ein anderes Ergebnis. Das kann man ja vorweg sagen. Den ersten Versuch hättest du gewonnen. Den zweiten Versuch hätte keiner gewonnen. Den dritten Versuch hätte bis dato ich gewonnen. Ja. 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 Die sich der fallen lässt. Jetzt sind die Kölner besser drauf. Du hast vergesst, ich habe Lux. Ja. Oh, der ist zu lang. Hä? Ja, hallo? Hallo, hallo, hallo. Oh, ich hätte lupfen sollen. Jetzt, jetzt, jetzt. Super gespielt. Da kommt auch Burgs nicht hinterher. Ja. Der Lupfer sitzt. Der erste heute. Ja. Bitte lass das Spiel diesmal nicht abschmieren. Doch, bitte nicht. Obwohl, ne? Ich will jetzt, ich will, 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 da hinten hätte er jetzt nichts kriegen. So, ich bin mit Köln jetzt richtig warm gespielt. Ich kenne deren Stärken und Schwächen in- und auswendig. Ich weiß ganz genau auch, wie Mucke mit Wolfsburg agiert. Bam! Ja. Boah! Boah! Da fang, da fang Schuss von mir. Hm. Da stimmt der zu. Ich habe nicht zugestimmt. Ich habe lacht. So, danke. Weiter geht's. Jetzt, Köln. Komm, 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 komm. Bam! Ja, der war doch schon hinter der Linie. Ja. Hand! Boah, hast du eine Sahne, Alter. Herrlich. Ja. Oh, Modest, komm, lauf zurück. Oh, den hat er aber lässig gehalten, du. Ja. Jetzt kommt aber auch nichts mehr an hier. Mann! Also das sind auch scheiß Abschlüsse hier. Oh, jetzt. Der ist doch weg. Ja, gut gemacht, gut gemacht. Oh, der Mann, ich krieg die beiden ja nicht mal aufs Tor. Oh, der Mann, ich kriege die beiden ja nicht mal aufs Tor. Tja. Ah. Eine Körpertäuschung, ist das lächerlich. Boah, stark noch da den Ball erobert. Boah, Modest lässt ja alles. Was lässt du mit dem Modest? Meine Ahnung. Da war viel mehr drin. Ach, dieser Scheiß-Buchs. Gut gemacht. Nein, mach meine. Ja, abseits. Oh, Elfmeter, sag ich. Wie jetzt? Das war ein... Ach, du bist doch ein Arsch. Also, nicht du, sondern Ansgar. Boah! Boah! Oh, oi, oi, oi. Also, Wolf gibt sich alles. Nein! Gut. Ah, Gott, ey. Ich werde was verändern. Egal, was du tust, du hast 41 Sekunden. Okay, aber schnell. So. Ja, sehr gut. Weiter geht's. Felix Klaus. Neu auf dem Feld, die Nummer 24. Xaver Schlager. Und mit der Nummer 8, Renato Steffen. Uhhh. Awww. Awww. Mhah! Leute. Oh Boah, super gespielt Das ist doch kein Abschluss hier Gute Ecke Ne Ich komme mit den Kölnern nicht mehr so gut klar Obwohl das jetzt hier der vierte Anlauf ist Nach vorne, das kann doch nicht mehr so scheiße schwer sein Ui Ui Alter, warum waren die so Unterbrechungen da? Abseits Das ist furchtbar Es ist furchtbar Das darf nicht abschmieren Nochmal ertrage ich das nicht Ich kann nicht mit Köln spielen Ich kann jetzt mal den Ball halten Was ist denn da ist für den Schub? Mann Also Verstehe ich es nicht 1 1 2 1 1 2 steh auf ja genau ich wollte alle sagen ist das schlecht oh gott alter hier läuft nichts erhol ihn dir doch macht doch keiner mit da hört er auf zu rennen wo ist das pfeif ab hier kommt die letzten minuten drauf geschissen das ist das aber Oh, Mann, Alter. Hast du ja gewonnen, das gibt's doch nicht. Komm, Spiel ab, Spiel! Ja, das Spiel ist zu Ende. Mann, 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 endlich haben wir es geschafft. Ah, mein Mann! Das ist ärgerlich. Also eigentlich hat das Spiel keinen Sieger verdient. Nee. So, wir sehen uns in der nächsten Partie. Okay, endlich kann ich das sagen. Bis dahin, tschüss. Tschüss.